In diesem und den folgenden Videos wollen wir uns mit der Windenergie beschäftigen, das heißt also mit der elektrischen Energieerzeugung von Windenergieanlagen durch die anströmende Luft, indem wir eine Windenergieanlage in Rotation versetzen und damit elektrische Energie erzeugen. Dazu geht es natürlich zunächst einmal um die physikalischen Grundlagen, die wir uns erarbeiten wollen. Das heißt also, welche Gleichung benötigen wir, um den Energieertrag der Windenergieanlage zu berechnen, was gilt es zu beachten, wie verhält sich die Windgeschwindigkeit, was muss man dort berücksichtigen, das werden wir uns ansehen. Ein weiterer Aspekt sind natürlich die umweltrechtlichen Bedingungen, die wir berücksichtigen wollen. Also, das sind die Emissionen, die eine Windanlage verursacht. Dazu zählt insbesondere die Lärmemissionen oder Schallemissionen, die eine Windenergieanlage im Betrieb verursacht. Wir werden uns mit dem Naturschutz auseinandersetzen, insbesondere in Bezug auf den Vogelschutz und Fledermaus-Schutz, was es dort für umweltrechtliche Vorgaben gibt. Der Schattenwurf ist ein weiterer Aspekt, der zu berücksichtigen ist bei einer Windenergieanlage. Das wollen wir uns auch noch ansehen. Der dritte Aspekt ist dann das Potenzial oder die Zukunft der Windenergie in Deutschland, Europa, weltweit. Also, kann die Windenergie einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten? Wie lässt sich die Windenergie integrieren in moderne Energiesysteme? Wie sieht es mit den Kosten aus für den Strom aus Windenergieanlagen? Das sind Aspekte, die wir uns dann im dritten Teil dieser Reihe zur Windenergie einmal ansehen wollen. Grundsätzlich geht es ja um die Frage, wenn wir jetzt eine Windenergieanlage haben, die wir an Land, also Onshore oder auf dem Meer, oder Offshore-Anlagen installieren, wie lässt sich der Energieertrag berechnen? Also, wir haben die Windenergieanlage, die auf dem Turm steht, wir haben den Generator, das gucken wir uns dann im späteren Verlauf noch genauer an. Wir haben dann hier vorne die Rotorflügel, das sind in der Regel drei Rotorflügel, und jetzt strömt hier mit einer Geschwindigkeit V der Wind an. Dann stellt sich die Frage, wie groß ist die Leistung P, die die Windenergieanlage erzeugt, wie groß sind die Verluste, um dann daraus den Energieertrag zu berechnen? Wie lässt sich die Windgeschwindigkeit ermitteln, die anströmt? Bei Messungen auf Narbenhöhe, das heißt also hier, diese Höhe, das ist ja die Narbenhöhe H, die Windgeschwindigkeit ist nicht direkt bekannt, die muss gemessen werden, das heißt also bei der Planung einer Windenergieanlage ist zu prüfen, wie lässt sich diese Windgeschwindigkeit V ermitteln. Bei einer Höhe, diese Windanlage, die moderne Windanlage, hat eine Höhe von 120, 130, 140 Meter mittlerweile, mit entsprechenden Rotorflügellängen, sodass also daraus sich dann der Energieertrag ermitteln lässt. Aber die entscheidende Frage ist, wie lässt sich die Windgeschwindigkeit ermitteln? Vor allen Dingen, wenn es Objekte gibt in der Umgebung, die zu Turbulenzen führen kann, das können jetzt also Bäume oder Wälder sein, das können Hügel sein, die in der Nähe stehen, die also dann dazu führen, dass die Windenergieanlage nicht ungestört vom Wind angeströmt werden kann. Auf dem Meer ist das relativ einfach, da haben wir keine störenden Objekte am Land, kann das natürlich dann dazu führen, dass die Windenergie, oder die Geschwindigkeit des anströmenden Windes reduziert wird und das natürlich dann Auswirkungen darauf hat, wie groß der Energieertrag der Windenergieanlage ist. Bei der umweltrechtlichen Betrachtung geht es darum, einmal, wie sieht es mit den Schallemissionen aus? Das heißt, durch den Betrieb der Windturbine, durch die Rotation, durch das Getriebe entstehen Schallemissionen, insbesondere dann, wenn die Rotorflügel auch hier an dem Turm vorbei sich bewegen. Da gibt es so ein Geräusch, so ein Flap-Geräusch. Und die Frage ist, wenn jetzt hier in der Nähe ein Gebäude steht, ein Wohnhaus, ist die Frage, wie weit muss das Haus entfernt sein, oder wie weit muss der Abstand D sein, von der Windenergieanlage zu dem Gebäude, damit die Schallemissionen hier als zulässig, nicht störend empfunden werden. Das ist in der Detailberechnung natürlich recht kompliziert, aber man kann es ganz gut abschätzen. Da gibt es gesetzliche Vorgaben, die in der Planungsphase einzuhalten sind. Darüber hinaus natürlich die Frage mit dem Vogelschlag, also der Gefahr, dass Vögel durch die Windenergieanlage getroffen werden. Es sind insbesondere Greifvögel, die dort gefährdet sind, die auf Höhe der Turbine, der Motoren jagen und dann von der Windenergieanlage getroffen werden können. Ähnliches gilt für Fledermäuse, die zu Schaden kommen können. Also auch das gilt es vorher zu prüfen. Gibt es dort Auflagen, gibt es dort Vögel oder Tiere, die unter den Naturschutz fallen und deswegen diese Windenergieanlage nicht errichtet werden kann. Was auch noch ein Aspekt ist, ist dann der Schattenwurf. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Sonne haben, wirft die Sonne oder wirft die Windenergieanlage natürlich einen Schatten und auch dieser Schattenwurf, der ist zu untersuchen, der kann sehr weit, oder der Schatten, der entsteht, kann sehr lang sein, über einen Kilometer, wenn die Sonne entsprechend niedrig am Horizont steht. Und auch das kennt man vielleicht von Autobahnen, wenn sich dann diese Rotorflügel bewegen, dass dann so ein Schatten immer über die Straße huscht oder dann halt hier durch das Gebäude. Auch das gilt es im Vorfeld zu prüfen. Und schließlich, das ist ein weiterer Aspekt, ist natürlich die optische Beeinträchtigung, dadurch, dass die Windanlagen halt sehr groß sind, sehr hoch mit den langen Rotoren. Wie verändern die Windenergieanlagen den optischen Eindruck der Umgebung, dass es auch dort zu, ja, keine Einschränkungen gibt in entsprechenden Regionen. Auch das gilt es vorher im Rahmen einer rechtlichen Prüfung während der Planungsphase, muss das untersucht werden. Im dritten Teil dieser Folgen zur Windenergie wollen wir uns mit dem Potenzial der Windenergie beschäftigen. Das heißt also, welche Leistung, welche Energie können wir erwarten von Windenergieanlagen? Wie viel Windenergie brauchen wir in Deutschland, in Europa, weltweit, um unsere Ausbauziele zu erreichen? Im Sinne des Klimaschutzes, um die fossilen Kraftwerke zu ersetzen durch Windenergieanlagen, dass wir also hier emissionsfrei elektrische Energie erzeugen. Und natürlich die Frage, was kostet der Strom aus dieser Windenergieanlage? Auch das lässt sich berechnen, dass man feststellt, dass der Strom aus Windenergieanlagen an Land und auf dem Meer mittlerweile sehr günstig ist, günstiger als der Strom aus neu errichteten Kohlekraftwerken oder auch Kernkraftwerken, sodass die Windenergie tatsächlich auch aus ökonomischer Sicht eine sehr attraktive Alternative ist. mit dem Nachteil oder der Herausforderung, natürlich, dass die Windenergieanlagen nur dann Strom produzieren, wenn auch der Wind weht. Das heißt, bei der Integration der Windenergie in ein modernes Energiesystem braucht es neben der Windenergie und ergänzend der Photovoltaik, also volatile Energiequellen, natürlich Speichermöglichkeiten, um in Zeiten hoher Windgeschwindigkeiten, in Zeiten eines hohen Energieertrags aus der Windenergie diese Energie zu speichern und dann während Phasen mit geringeren Windgeschwindigkeiten oder Flauten diesen Strom dann aus den Speichern zu entziehen.